vieles in köln ist gut aber einiges ist doch schiefgegangen in den letzten jahren gemeinsam mit euch werde ich können wieder nach vorne bringen leistungsstark und liebenswert tolerant und bunt erfolgreich und sozial das ist köln darum geht's am 30 august ist kommunalwahl wählt peter kurt unser neuer oberbürgermeister für köln